Hallo, guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zurück im LS19 auf der Südhemmern. In der letzten Folge haben wir begonnen bzw. auch weiter gemacht mit der Zwiebelernte. Müssen wir jetzt weiter machen, weil das ist echt viel Zeug, was da auf dem Feld ist. Und der Vollernte hat leider nur ein Tankvolumen, Korntankvolumen von 9.500 Litern. Das heißt, der möchte andauernd ständig abgetankt werden. Wir haben nur zwei 21.000 Liter Anhänger, deswegen habe ich mich jetzt damit eingeschaltet. Der eine Anhänger wird vom MB-Truck gefahren, der Krone Emsland, der läuft da über CP und wir unterstützen das Ganze ein bisschen mit unserem schönen Deutz hier. Und bis jetzt gibt es richtig gut Asche für die Zwiebeln, also ich wundere mich tatsächlich. Und das war, ich habe es ja schon mal gesagt, ein super Tipp. Und ja, hoher Ertrag, der Preis eigentlich sehr, sehr gut. Noch, da kann ich auch gleich in den Keller fallen, das weiß ich nicht. Aber immerhin, ich denke mal, wenn wir jetzt keinen Blödsinn machen, wenn das Feld abgeerntet ist und weggefahren ist, haben wir oben, ja, ja. Also, ich schätze mal, dass wir so um die 700.000 Euro dann auf dem Konto haben. Und da kann man schon gut was anfangen. Da können wir ja Felder kaufen, ja, noch ein paar Pferde. Schauen wir mal. Und raus. Das war jetzt das erste Mal, dass das Abtanken von alleine funktioniert hat. Erstens war der Erntner auf gerader Strecke unterwegs und das Rohr war nicht in der Frucht. Und das Rohr war gerade nach oben, dass der MB-Train jetzt von hängen bleiben kann. Aber den Schluck nehme ich mir jetzt wieder. Solange er auf der Seite ist, können wir das auch selbst abtanken. Auf der anderen Seite muss ich den MB-Takt machen, wegen der Fruchtzerstörung. Jetzt wartet der Waridron, bis der MB-Takt gecheckt hat, dass er fehl am Platz ist. Der fährt jetzt auf die Warteposition und dann fährt unser Erntner erst weiter. Machen wir das Deutzimo aus. Er hat keinen durchtrennenden Reifen, der wartet einfach, bis MB-Takt seine Position gefunden hat. So, und hier sind wir beim Sojabohnen ansehen. Das funktioniert ganz gut. Wir haben ja in der letzten Folge unseren Johnny hier aufgemotzt. Gelb. Und auf dem neuen Marisch jetzt gerade Sojabohnen. Auf die 10 kommt dann Hafer für die Pferde. Die hatten nämlich noch keinen. So, das funktioniert, das läuft alles wunderbar. Genau. Er wendet jetzt da unten. Und ist, soweit ich weiß, spätestens wenn er da oben in der Mitte, oder am zweiten Drittel ist er wieder voll. Also da kommt einiges zusammen. Für die Zukunft ist zwar geiles Geld, aber für die Zukunft reicht es dann tatsächlich aus, wenn wir das Feld 10 mit Zwiebeln bepflanzen. Oder halt kleinere Felder. Weil echt genug bei rumkommt. Oh, machen wir mal gleich mal in den Tumpen rein. Äh, jetzt. Kalte Füße hab ich ja, Leute. Wieso dat dann, ey? Schöne Ding, schöne Ding hier. So, ich hab Flasche leer. Sonntagmorgen halb 10 in Deutschland. Also das ist grad bei mir, ne, wenn ich das aufnehmen. Ich jetzt so, ne, das darf ich jetzt sagen, wie heißt das? Wenn ich jetzt so eine Waffel-Schoko-Schnitte hätte, um halb 10 in Deutschland, könnt ich die jetzt esse. Jawollo. So, der Zwiebel an der Wende, das heißt, ich geh mal davon aus, Mr. MW-Trag wartet jetzt, bis er dran darf. Und wenn der voll ist, machen wir weiter. Interessant zu sehen beim MW-Trag vorne, der schwarze Schmutz, wie wenn er jetzt durch Gülle gefahren wäre, oder sowas. Und hinten das braune, der braune Dreck am Reifen. Und sobald da ein paar Meter über die Straße gefahren ist, ist alles wieder sauber. Ein ganz schöner Effekt. Ich bin froh, dass das jetzt mit dem Abladerröhr hier funktioniert. Du bist voll. Verpiss dich. Das meine ich, das ist absolutes Ärgerlich. Echt Ärgerlich, ey. Lass den MW-Trag los. Ach, das ärgert mich jetzt, Leute. Wie gesagt, ich bin so froh, dass der, dass CP jetzt kommt. Deswegen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Deswegen nutze ich jetzt auch intensiv. Aber, ähm. Aufkommen runter mit dem, runter. Hallo. Sehr spät eingefallen, oder? Ähm. Aber wie gesagt, es sind echt noch so ein paar Kinderkrankheiten, sag ich mal. Dass die, die Fahrer noch nicht erkennen, wenn da vorne ein, ja, ein Objekt, ein Fahrzeug im Weg ist. Das ist doof. Aber, ich würde mal sagen, wir beruhigen uns, weil das kommt garantiert noch, das wird schon noch gefixt. Genauso, es war ja auch in den ersten Versionen so, dass sobald CP gestartet wurde, hätte jetzt das gelbeweise Fahrzeug da vorne absolut aufgehört zu fahren. Das funktioniert auch mittlerweile. Der wartet jetzt nur, bis der, bis die Erntemaschine gewendet hat. Dann fällt er weiter. Genau. Ich denke, ich brauche gleich noch ein Tässchen Kaffee. Nicht schlecht. So, den Johnny habe ich gesehen, der müsste gleich, kommt Geld rein, wieviel kommt rein? Mindestens 25.000, da bin ich zufrieden. 31.000! Ah gut, der war voll. 31.000 ist der Preis wieder gestiegen. I love it! Genau, wo bist du fertig? Da vorne ist er fertig. Ah, das ist ja prima. Da können wir direkt drüber setzen, auf Feld 10. Und ballern da Hafer rein. Der Tabak, der vorher drauf war, der hat auch gut Geld gebracht. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht machen wir auf Feld 14 Tabak drauf, weil das können wir mit einem normalen Metrischer herunterernten. Mit Maisgebiss natürlich. So, du bist fertig, sagst du. Das hast du ganz toll gemacht. Bitte stehen. Danke. Sehr, sehr gut. Hammerfeld 10 auch schon gespeichert zum Segeln. Ja, aber nicht 9 Meter. Müssen wir noch machen. Nein. 10, 9 Meter. Da reicht vor- und zurückfahren. Und weil wir mit unserem Einseekurs auf Feld 9 hier enden, werden wir mit dem Auffeld 10 hier starten. Müssen wir nicht so weit fahren. Mach mal. Aber, hafer natürlich. Hafer. Du darfst beginnen. Speichern. 10, 10, 10, 10, 10, 9 Meter. Super. Mist, der MB-Truck war schneller als ich. Mist, der MB-Truck war schneller als ich. Ich habe extra. 2, 10, 10, 10, 10. 3, 10, 10. Szenen. Soc with 15, 11, 10. ja das ist seltsam er hätte eigentlich gesagt die warte position fahren müssen oder sollen jetzt habe ich da auch angefangen abzutanken dann kommt er wie so ein eifersüchtiger hund wenn der wenn der eine hund kriegten knorren dann muss der andere auch kommen das könnte ja sein er kriegt kein knorren sowas doof ist na alle wo ist der mb ja noch einmal und da will er abfahren gut moment jetzt würde ich gerade noch was überprüfen der pferdestall ist ein großer pferdestall richtig hallo ah wieso kriegst du das nicht angezeigt das ist doch meins ich krieg ja auch kein schweinestall da sowas angezeigt das ist ja echt dumm wenn ich jetzt will da war es doch bis jetzt immer so dass mir ja auch die die stelle angezeigt kriegte das ist natürlich da bin ich schlecht jetzt weiß ich nicht wieviel schweine wieviel und wieviel pferde noch in den in die stelle passen weil dummerweise das ist hier auch nicht zu ersehen was noch reingeht ja wir haben jetzt 10 20 30 31 oh ist eins auf die welt gekommen schon das ist gut 31 41 schweine und haben eins zwei drei vier sieben acht neun neun pferde neun pferde ha 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 die immer noch kein heu haben und auch wenig hafer hoi 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 haben wir denn irgendwo eine wiese die wir wehen können ne gell uns ja nix ne hier ist der pferdestall mal gucken was man da kaufen kann wenn wir das hier kaufen oh das ist aber boah das ist richtig teuer hier ist noch ein shop ok ähm was kostet denn die wiese hier 381 tausend ja wär schon so geschuss ey hä dann müssen wir hier an unserem gelände die streifen um unsere felder erstmal verwenden für gras und heu weil ich jetzt absolut nicht einsehe dass ich meine ganze kohle in so ein ein feld investiere das kommt dann erst später muss entladen werden das ist wichtig gut 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 ok dann starten wir den engine warten bis der mw truck seine pflicht getan hat und sich verpinkelt und dann können wir auch voll machen und dann gibt es nochmal richtig kohle auf der anderen Seite bei dem Geld was wir hier kriegen könnten wir doch die Wiese kaufen g ich weiß es echt nicht ich weiß es in der Tat nicht jetzt wird es wieder so passieren dass der mw truck weg fahren will genau schnell entlassen ja das muss noch gefiext werden den so das machen wir noch gemeinsam da wird jetzt auf jeden Fall voll 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 viel tun auf jeden Fall war gut ne doch wird voll und tschüss und wieder die Ernte kaputt geballert wird egal kriegen wir den b noch komm gib alles du fährst doch 63 Abkürzung hm also ich kauf die Wiese hm wenn du so weiter geht kein Problem wenn du so weiter geht kauf ich die ganze Kart da kommst du auf den bisschen Wiesen nicht drauf an das mach ich jetzt mit euch noch die Wiese kaufen dann gucken wir noch was wir denn noch an Grünland Werkzeugen brauchen das heißt Mähwerk, Schwader, Wände und so weiter was wir haben, was wir nicht haben ich glaub wir haben gar nichts tatsächlich das ist übrigens die die Karte auf der die Fahrzeuge die meisten Betriebsstunden drauf haben hier habe ich nämlich tatsächlich ähm außer jetzt äh vor kurzem den Fan in den MB Truck getauscht äh habe ich die Fahrzeuge standardmäßig gelassen also Deutz hier ist von Anfang an dabei sieht man sieben Stunden hier drauf hat und äh der Johnny der grad auf Feld 10 am einsehen ist ist auch original von Anfang an dabei so ich hab euch versprochen oder gesagt wir kaufen jetzt die Dabby Wiese dann haben wir wenigstens eine Kurven so dann brauchen wir noch äh grad mal gucken wir haben nämlich was das betrifft wirklich nix einen Ladewagen haben wir also nicht den größten aber wir haben einen und sonst haben wir nix also da brauchen wir noch meine Technik ähm für Dinge habe ich auf der oberen Klantal diesen Kroner Easy Cut habe ich auf der Provence wobei ich hier noch das äh die Saiten also den Schminderling vermisse das wäre ganz geil der John Deere Mähwerk ist gar nichts aber ich glaub der hat keinen richtigen Sound oder irgendwas war da glaube ich noch dabei dann werde ich hier mir das Lely antun ähm kaufen kaufen danke danke äh zurück jetzt reicht uns die Asche nicht mehr für das da aber wir kriegen ja genug deswegen können wir auch grad mal gucken was die Bank uns noch leiht ich möchte nämlich gern alles haben was wir brauchen für die grünland sache und ähm deswegen gehe ich jetzt Kredit aufnehmen alles kaufen und wenn die Zwiebeln geerntet sind sind wir schuldenfrei würde ich fast annehmen haben wir jetzt Womo gekauft ne so dann brauchen wir noch einen wenn der den Breiten ne der hat 13 Meter der 9 Meter reicht auf jeden Fall breiter ist unser Mähwerk auch nicht kaufen hoffentlich hat der Händler genug Platz am Hof und Schwade äh ne nicht zurück Sveni Schwade den hier 9 Meter Standard Schwade habe ich auf anderen Karten auch aber der ist einfach der praktischste weil er eben von der Breite her ähnlich ist wie Mähwerk und Wände ja Details nix Details kaufen möchte ich den zurück Garage äh der kommt weg verkaufen mhm Ladewagen Ladewagen mal durch Ladewagen so was haben wir denn hier ein Lely habe ich noch gar keinen dabei den haben wir eben verkauft der hat 23.000 der hat 34.000 alles andere ist mir relativ eigentlich a little bit too expensive der ist auch zu groß das ist echt zu oxig das Ding ähm naja ich würde dann den Berg mal nehmen wenn es recht ist kaufen ja ja zurück 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 so irgendeiner hat einen Trigger erreicht ah cool das ist der das ist der äh Hafer John Deere Hafer Einseher ist dann fertig so der wendet der fährt ab die treffen sich nicht das ist gut so dann bedanke ich mich an dem Moment zu dem Zeitpunkt im Moment jetzt gerade sehr sehr herzlich bei euch fürs zusehen wenn es euch gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo wäre beides endgeil und wie gesagt ich kann es nur wiederholen gerne in die Kommentare reinhauen was wir denn hier anders machen sollen Maschinentechnik Tieretechnik auf was wir gehen sollen und auch immer wichtig kann man mich verstehen ist es soweit in Ordnung was ich hier von mir gebe oder nervt es tatsächlich ja wenn es so ist gerne reinhauen man kann nur dazulernen ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bis dann machts gut Tschüssi mit auf euch mit mir was und 按 ein nicht wohl es